Sind wir gerade mal, gerade mal ein paar Meter zu Fuß und sind schon da einer, die Bischers. Wahrscheinlich warten die jetzt, bis wir vom Lager weg sind und vergewaltigen Kevin gerne haben. Da gibt's auch an der Macht nichts, wenn ich was machen muss, was du willst. Der schaut nur blöd. Ja, ich wollte es auch so sagen, aber ich habe es dann wirklich nicht. Jetzt geht auch wieder mehr Winter. Ganz schön, schon mal wie die Bäume hier umknicken. Bin schon gespannt, was wir in der Höhle finden. Oh, freu ich mich schon, freu ich mich schon. Das ist gerade, ich bin vom Kopf nicht müde, ich merke es nur in den Augen. Hä, wie geht das? Sieh zu, ach so. Nee, aber wenn sie so leicht zum Brennen anfangen. Die Höhle ziehen wir noch durch, hm? Hätte ich jetzt schon noch gesagt. Ja. Und morgen geht's dann weiter mit... Ich habe irgendwie die Hoffnung, dass wir irgendwie in der Höhle was finden, was wichtig ist. Oh ja, safe sogar. Höhlen, bitte. Da ist auch der Heli. Oh, da ist der Heli. Ich sehe ihn auf der Karte bei der Höhle. Das ist die erste Höhle. Es wäre gut, dass wir gleich in die erste gehen, ne? Die wichtige Höhle. Vergiss nicht, dass du vielleicht auch noch Pflanzen Ausschau hältst. Die Heilung und so, falls wir noch eine haben, die wir nicht kennen, ist es die, ne? Ja, 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 ja. Oder vielleicht wächst diese eine nur in der Höhle. Könnte sein. Wenn nicht so viel, sonst brauche ich so schnell schon wieder Ausdauer. Ja gut, aber ich möchte halt nicht so langsam sein, als dass die trägigen Krasszacken kummern und sowas, ne? Ja, ich weiß schon, was du meinst. Aber diese grünen Dinger, das weiß ich immer noch nicht, als das sein soll. Aber vielleicht finden wir was in der Höhle, damit wir die grünen Dinger da durchziehen können, ne? Was ist das grüne Kraut, der da durchziehen kann? Haha, vielleicht finden wir Papers, oder? Was? Was? Ne Bon? Bauen wir uns ne Bon. Ne Apfel Bon. Wen willst du da jetzt haben? Wir nehmen ein paar Blätter mit auf den Weg. Hast du nicht schon genug? Ich glaube schon, aber es steht ja keine Anzahl, glaube ich, da im Moment, oder? Oh ja. Echt? Warte mal, wie viel habe ich denn Blätter schon? Ich hatte so 190 oder so. Ich habe 346 Blätter. Hahaha. Ja, da muss ich auch wieder, ich muss ein bisschen abholen, da. Man kann aber mehr tragen, gell? Also, was Stöcke angeht und so. Ja, das stimmt. Ja, dafür aber nur weniger Fische dafür. Ja, ich kann mich ehrlich gesagt gar nicht erinnern, wie viele Fische man im ersten Teil tragen konnte. Ja. Ich habe auch schon, ich glaube so fünf oder so, glaube ich. Aber, ja okay, Fische vielleicht nicht, aber Fleisch kannst du mehr tragen. Ich habe nur mehr zu viel Fleisch gehabt in dem Spiel. Mein Fisch hieß ja auch Fleisch, ne? Auch das Vegetarier nicht? Achso. Ob, warum nicht? Verstehe ich nicht. Vegetarier essen nur Fleisch, aber kein, äh, essen nur Fisch, aber kein Fleisch. So. Ja, gibt gar keinen Sinn, aber okay. Ja, ich verstehe das auch nicht. So, jetzt gehen wir ja gleich. Oder, oder? Ah, okay, gleich ist gut. Zeig, ich habe das, ich habe die Map halt nur so weit auf. Ja, aber so weit ist es auch nochmal. Jetzt sind wir nämlich ein gutes Stück schon gegangen. Hier ist noch eine Kiste hier mitten im Wald. Oh. Da drin. Oh, Batterien und ein Snack. Ah, gut, gut. Serialien. Ganz wichtig. Wenn wir jetzt noch eine Milch finden, dann wäre es perfekt, gell? Ja, und eine Schüssel oder so. Ja, es geht aus dem Panzer von, von, von der Dinger auch. Okay, aber das ist rot, aber das kann ich eins nacken. Da kann ich sicher was machen. Vielleicht giftige Pfahle oder so. Da ist der Heli. Vielleicht sind die Sachen neu gespawnt. Ja, das sehe ich zumindest zu den Kisten da drüben. Und vielleicht gibt es den zweiten Kevin. Oh. Oh, Pillen. Energy Bar. Munition. Und Munition, ja genau. Leuchtdinger, da bin ich voll. Ah, jetzt auch ich, ja. Da haben wir eine C4 Ladung. Die könnte man vielleicht in der Höhle brauchen, wenn wir uns irgendwo durchsprengen müssen. Da sind Pillen nochmal. Bin ich aber auch schon voll jetzt. Ich auch. Da liegt ein Typ, aber der kann nix. Ne, der ist ein bisschen dead. Der lag auch vorher schon da. Ja. C4 und eine Kronade. Komm, ja habe ich schon genommen. Da hinten noch. Pillen, Batterien finde ich voll, alles voll. Ab, ab, ab. Ja. Wo war denn der Kevin eigentlich? Der lag mitten hier auf dem Feld. Der lag auch hier ungefähr. Okay. Kein Kevin für mich. Du hast dafür die Dame, die dir da einen Fisch bringt. Ja, stimmt, stimmt. Irgendwo ging es jetzt hier runter zu der Höhle. Ja. Da lagen ja auch nochmal Sachen davor. Ja, da. Ich habe es nicht schon. Direkt rüber. Riegel. Miegel, Miegel. Batterie und Ding wieder. Batterien und Batterien. Gut. Da ist wieder das Seil. Kann ich aber nicht nehmen. Noch noch. Okay. So. Du hast die Rüstung angefordert. Er hat ne Blattrüstung, Bruder. Das ist nix. Ja, aber mehr wie ich hab. Das ist nix, Alter. Ich werde so hobsig gehen. Warte mal, ich tue gleich nochmal schnell Batterien in meine Taschenlampe, weil die ist schon ein bisschen... Ah, das ist eine ausgezeichnete Idee. Ich habe die Hälfte zwar weg, aber da liegt noch ganz zufällig Batterie aus. Ent mir ist... Nehmen? Weil er nicht nehmen konnte. Kann ich sie nehmen? So, jetzt kann ich sie nehmen. Gut. Wetsch ich mich mal eine da. Ja, okay. Jetzt steht da durch. Boah, das ist eigentlich gar nicht so dunkel hier drüben. So, noch nicht. Geht, gell? Knochen, Knochen, Knochen. Oh, Fleisch. Aber Menschenfleisch, oder? Weiß es nicht. Und Konserven, oder? Brauchen wir eine Dosen? Stoff? Uhren? Jede Menge Uhren. Was machen die denn? Ganze Kollektion Uhren. Ah, ich kann die nur abdrehen. So, ich dachte... Ja, ich habe es jetzt auch kurz gedacht. Oberhammer gewesen. Warte mal, ich schau mal kurz, was das für Fleisch ist. Einfach nur Raw Fleisch. Steht nur Raw. Also Raw Fleisch. Das habe ich auch gelesen. Ist auch geile Übersetzung, gell? Raw Fleisch. Na, hier hast du auch genug Totenköpfe, wenn du mal welche brauchst. Ja, aber ich kann keine mehr mitnehmen. Ah, Kisten, Kofferchen. Ja, Leuchtstinger, aber da bin ich voll. Da ist nichts drin. Wer ist da hinten? Da rennt er nach hoch. Da kommt einer hoch. Kann das sein, dass da hinten... Ist das hinten ein normaler oder ein komisches? Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Die hat kein Gesicht, kein richtiges. Oder ich hatte einfach keine Texturen. Oh, ich kann die häuten. Nee, die sehen komisch aus. Die sehen so komisch aus. Jaja, man kann die häuten. Kann man die häuten, echt? Ja. Richtig. Nehmen wir mal mit. Blind. Aua! Ich bin dabei. Ah, nee, der kann mir nichts tun, während ich häuten. Okay. Hallo, reiß dich zusammen. Oh, Kopf ab. Ich habe beide abgehackt. Vollbruchstahl, das ist geil, das ist ja geil. Vollbruch der Eis hat geil, ne? Kann ich auch die häuten, die du schon geholfen hast? Anscheinend nicht, ne? Ich konnte dann auch nicht mehr häuten. Aber macht nichts, ist ja cool. Macht nichts, dann... Die Frage ist, für was die Haut ist. Da will ich kurz gucken, wo haben wir denn die Haut? Das ist, das ist Tierhaut. Das muss irgendwo da drüben sein. Warte mal, da kniet einer. Oh, da ist eine Leiche hoch. Ah nooo. Boah, den habe ich mit einem Ding geköpft. Oh, ich habe eine E-Mail entdeckt. Okay, warte, ich schaue jetzt mal auf die Haut jetzt da. Komm zu dir, ich muss auch entdecken. This is what we are looking for. Okay, nach irgendeinem Gestein oder so. Achte, ist das Gold? Krass. Einsteckend. Ohrmaschine. So, was hast du noch entdeckt? Gold hast du gesagt? Ne, eine E-Mail, wo Gold abgebildet war. Ach so, ja, die habe ich jetzt auch. Die Frage, gehen wir in die Richtung oder gleich... Okay, da... Ach so, ja, ich habe mal gedacht, wir gehen in die Richtung. Ah, warte, da hängt, da ist dieses Gold. Hier an der Wand. Ja, aber war sicher eine Spitzhacke, oder? Oh, sorry, jetzt bist du genau reingelaufen, wie ich zuhören wollte. Da ist nicht mal ein Zeichen, was das ist. Oder bin ich dir jetzt reingelaufen? Ich nehme an Energy Shield Riegel, weil... Das ist so, Lars. Ah, da bin ich dir reingelaufen, oder? Hier nehmen wir Energy Riegel, gell? Oh, der Energy Bar hat, finde ich, gar nicht so viel Ausdauer gebracht. Bitte sag mir, du hast die Schaufel. Na, ich habe irgendein Viech. Ganz viele Arme. Vielleicht ist das der Ehemann von deiner Freundin da draußen. Nein, 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 das kann er gar nicht fahren, die gehört er für mir. Oh, oh. Aber hoffentlich bleibt es da drin. Blub, blub. Ähm, warte kurz. Ich habe eine Idee. Gib mir eine gute Rückendeckung. Wie ist die Pistole aus? Nein, 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 Mann, ich mache... Ich mache... Was war es denn noch? Granate? Oder baust du eine Bombe? Eigentlich brauche ich eine Bombe, aber eine Granate wäre ja auch nicht verkehrt gewesen. Warte mal, das war eine Elektroplatte, oder? Dann, äh, Goldbahn... Oh, er pupst, er pupst. Wer ist das Geld? Nimm du eine Granate halt und ich nehme die Bombe. Ich habe sie gerade. Ah, okay, warte. Wo ist die Granate? Ist hier. Okay, ich habe die Granate in der Hand. Ich werfe. Haben wir ihn erwischt? Ich auch. Boah! Kann da Fleisch entgegen? Ich glaube, das hat eine von den zwei Sachen gereicht. Kann man das aufheben? Wir haben aber eine Errungenschaft, oder? Hast du auch gekriegt? Nee, dann war es wahrscheinlich deine Bombe. Ah, mies. Okay, der nächste gehört dir. Und das jetzt noch? Hast du noch mal was draufgehauen? Nee, nee, gar nicht. Da platzt einfach irgendwas. Okay, den nächsten machst du weg, damit du die Errungenschaft kriegst. Gibt's safe noch. Ich hoffe, der steckt dann aber auch in der Wand fest. Daaa! Ups, alle beide Beine ab. Nein, nur einer. Bist du heute? Nein. Äh, ich habe gerade einen heute noch. Also meine Güte kannst du. Also meine Güte kannst du. Lecker, lecker. Vielleicht können wir uns... Mutantenrüstung-Kollektion... Warum laufe ich eigentlich vor? Das ist in der Höhle... Oh, da kommt ein schneller! Aber auch ohne Gesicht. Ja, die Gesichtlosen sind eh easy. Da kommt noch einer! Beeil dich! Nö, ich mache erstmal noch gar nichts. Ich bin hinter dir. Bist du, ich möchte jetzt nicht zuhören oder so. Ja, jetzt wird's eh größer hier. Jetzt kann jeder sich ein... Ist gerade an mir vorbei. Hier so komische Geräusche. Oh! Oh! Von hinten wieder! Oh, da kommt ein ganz komischer! Oh! Oh, der ist fies! Der ist fies! Oh, der ist schnell! Oh, oh, oh! Ich lieg gleich! Ich lieg gleich! Kannst du den ablenken oder so? Ich weiß es nicht! Geh zurück! 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 Oh, der folgt uns! Ist da noch ne Bombe? Muss ich erst bahnen! Warte, ich muss mal gleich kurz... Ich probier mal die Pistole! Oh fuck, der ist schon da! Fuck, fuck, fuck! Wo ist die Pistole nochmal? Achso, im Koffer. Ich hol da gleich noch das Ding dran! Hehehe! Was wir gefunden haben! Oh, er ist tot! Der hat sich in komische Sachen ausgelöst! Lass du heute! Nachladen! Und ich nehm gleich noch Pillen! So, ich lass jetzt ein bisschen die Pistole in der Hand kurz! Hey, den kann ich jetzt nicht mehr häuten! Hast du den gehäutet? Nee, der... Das war der erste, genau! Ich hab gar keinen gehäutet von denen! Da war der! Nee, warte mal! Ich glaub ich kann nicht heute, weil ich ne Pistole in der Hand habe! Jetzt muss mal gucken! Kann gut sein, ja! Ja, das ist es! Dann lass ich die Achse in der Hand! Der hat aber gut eingesteckt, Pistole, Muni! Ich warte kurz! Ich will nur kurz gucken! Warte bevor du weiter rennst! Warte ich heute noch einen! Diese... Mutantenheart... Oh, da ist noch einer! Da ist noch einer! Da ist noch einer! Den da schießt du jetzt! Fuck! Ich hab keine Waffe in der Hand! Warte kurz! Nimm sie doch! Wenn die draußen rum... Oh, da ist noch einer! Oh, da ist noch einer! Scheiße, ich bin leer! Warte mal! Ich... Machen wir wieder! Ja! Was hab ich denn noch? Ich hab kaum noch Munition! Oh, fuck, fuck! Warte kurz! Du lass mich weggehen von ihm! Warte! Ich hab gut ein, Alter! Oh, gut! Er ist weg! Ich glaub ich hab gar keine Munition jetzt mehr! Ich weiß, ich wollte jetzt nicht so viel raushauen, ehrlich gesagt! Aber vielleicht finden wir jetzt gleich noch Muni! Ich glaub ich muss gleich schon wieder meine Taschenlampe aufladen! Oh! Ich weiß nicht, wie viel die Finger verdecken! Oh! 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 Ja! Aber ich lad sie vorsichtshalber mal auf, weil... Das sind Pillen! Oh ja, Pillen brauchen wir nicht! Oh, warte Scheiße! Einmal hau ich mal rein jetzt! Ich mach echt so ein Schnellauswahlmenü! Und die anderen? Hast du die Pillen denn gefunden? Hier, wo ich stehe! Ah ja, gut! Mollys mach ich mal kurz! Eins, zwei! Hier sind schon gefährliche Viecher unterwegs, du! Mhm! Oh, nicht in die Hand nehmen! Ey, das mit dem Bauern, das ist... So! Da hab ich's erst wieder in der Hand, obwohl ich das jetzt nicht drückt hab, dass ich das nehme! Oh, fuck! Da hängen sie auch wieder an der Decke! So was? Nicht, dass mir irgendwas übersehen! Ich war da hinten in dem Eck rechts, da war nix mehr! Haben wir! Okay! Drei hatte doch! Da ist irgendein komisches Zeichen an der Wand! Ist das wichtig für uns? Weiß nicht! Okay, die droppen diesmal nix, schätze ich, ja? Naja, glaub ich auch nicht! Boah, wir finden hier echt irgendwas Gutes noch! Aber ich bin froh, dass die Höhle mal nicht so schwer ist wie die anderen immer! Beim ersten Teil! Naja, wir haben jetzt für die Viecher schon eine Position gebraucht! Oh, 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 oh! Was ist das? Das ist ein Ding! Oh, shit! Batterie ist leer! Warte kurz! Nicht hingehen, nicht hingehen! Ich muss wechseln! Der kommt zu uns! Wir müssen nicht hingehen! Nein, 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 der kommt jetzt nicht! Der hat keinen Bock auf uns! Dann seh ich was anderes wie du! Der hat nur Bock auf mich anscheinend! Ja, aber die sind einfach zusammengewachsene Gesichtslose! So! Aber die gehen eh an uns vorbei! Weil willst du töten, dass wir uns nicht von hinten angreifen können! Ja, oder von... oben! Müssen wir downen, hey! Die müssen wir downen! Ja, das sieht mich auch so! Ich boxe mal drauf! So! Ich hab keine Ausdauer, du bist! Boah, die hauen aberziner auch gut ab mit einem Schlauch! Oh! Oh! So, können wir häuten! Boah, ich muss schon wieder Heilmittel nehmen, Alter! Ne, warte mal! Das wollte ich die ganze Zeit schon, aber wir gehen ihnen hin! Immer weiter! Aus der Hart von denen kannst du die Rüstung machen! Jetzt muss ich nur die Hart finden! Wir haben so viel Hart jetzt da, wenn das so wie im ersten Teil ist! Bei die Knochen? Ne! Wenn das so wie im ersten Teil ist! Ich hab schon wieder einen Arm! Kann denn das sein? Ey, ich hab schon wieder zwei GPS-Dinger! Das heißt, die alte hat keinen mehr dran! Machst du das? Hauste habe ich hier! Äh, ja, ich hab grad was weggeschmissen einfach! Ey, wo ist denn die Haut? Ja, das weiß ich eben nicht! Ich hätte jetzt eher bei die Knochen oder so gedacht, aber... Ja, bei der Tierhart sehe ich das auch nicht! Ah, da unten ist! Ganz unter musst du gucken! Kannst du nämlich gleich anziehen! Ausdix herstellen! Ganz unten! Boah, guck mich mal an! Da hab ich einen Kräuterseitling! Unter den Stöckchen! Unter den Stöckchen! Da haben wir auch noch was, oder? Tragen, 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 tragen! Wenn du noch genug trägst, dann kannst du dich in eine von jene verwandeln! Ja, wir müssen noch mehr killen! Ich muss jetzt nur erstmal noch Pillen nehmen, weil... Wir haben gut abgezogen! Ich muss kurz Energy trinken, glaub ich, und... Ach, essen, ne? Ja! Ja! Gönne ich mir jetzt einen Fisch, weil dann brauche ich keine Bille! Weiß, hätte ich vielleicht auch machen sollen! Oh nein, die sind schon verrottet, obwohl ich sie gegrillt habe! Scheiße! Fuck! Dann sind meine auch gleich down! Okay, das heißt, wir nehmen, wir nehmen nochmal Energy! Walter, weißt du was? Was? Ich hoffe, das geht! Ja! Nein! Nicht hängerbleiben! Boah, jetzt habe ich Angst gehabt, kurz! Lagerfeuer bauen, oder so? Du willst mal safen das Game! Weil wir haben doch oben das Fleisch gefunden! Ja, ja, ja! Das können wir auch machen! Aber ich wollte halt nochmal schon sicherheitshalber safen! Nicht, dass wir jetzt da... Hobbs gehen und die ganze Höhle alles umsonst war, weißt du! Obwohl... Eigentlich gehst du ja nicht, Berma Hobbs! Du kannst da, glaub ich, immer wieder spawnen, weißt du! Nur als Gefangener! Ich höre Schritte! Oh, oh! Du kannst, glaub ich, kein Lagerfeuer hier unten bauen! Ist zu nass! Ne, ich kann's gar nicht erst den Stock so drehen, weißt du! Zum... Zum... Ne, du kannst den Stock nicht mal so drehen! Du kannst nur ihn einmal hier so reinstecken und das war's! Ich stehe da gar nicht! Oder? Bei mir geht's kurz! Bei mir geht's nicht! Geht's bei dir? Ja, warum geht das bei dir? Ja, warum geht das bei dir? Oder... Weil das auf dem Steigen gemacht wird? Auf dem Steigen, ja! Ah! Ah! Ja, passt! Hau mal dein Fleisch rein! Ich überlege grad, ob ich nicht die kleine Axt nehme, weil die schneller schwingt! Ne, ich bleib bei der Großen! Da hab ich geschwingt! Mit der machst du... Mit der machst du so viel Damage und hast richtig guten Schutz! Du brauchst nur zwei richtige Treffer und der ist da! Okay, mein Fleisch ist fertig! Könne ich mir gleich eins! Klinken halte ich noch ein bisschen durch, weil ich nur noch zwei hab! Doch! Dann nochmal kurz safen und dann wieder abbauen das Ding, oder? Warte, dann safe ich auch nochmal! Okay, kannst abbauen! Gut! Bist du sicher, dass wir da in die Richtung müssen? Ja, da sind wir... Da sind uns die... Ah ne, warte! Da hängen die Leute oben! Ja, ja! Ich glaub, von da sind wir nämlich kommen! Oh, da kriegt... Nein, da sind aber krabbeln Babys rum! Die kannst du noch nicht! Oh ja, ist neu! Kann ich hängen da nur wieder andere? Aber die kannst du nicht zerlegen! Haha! Hast du Glück gehabt, gell? Ja, hab ich gern! Hast du denn? Nee, er rollt hier noch durch die Gegend oder war auch schon tot! Nee! Erdhabe ich nicht! Aber die kannst halt nicht häuern, die Babys! Nee! Gut, dann sind wir doch jetzt richtig... Ich versteh nicht! Was haben die da Bart? Warum so viele Haarkkletter sind! Ja, weil die doch nach dem Zeug das Zeug abgebaut haben anscheinend! Was hat der? Der hat Geld anhängend! Oh! Na komm her! Da ist ein Energy, gell? Wo ich bin! Warte, ich mach gleich! Ich mach noch das Baby hier platt! Wo ist es? Wo ist der Energy? Neh mal einen Läppi! Oh, sehr gut! Den trinke ich gleich! Oh, hey! Oh, ho, richtig viele Babys! Achtung! Jetzt weiss ich nicht, wer hier sind! Ja, ist noch ein lebendes! Ich hör noch was! Liebst du? Nee, du bist down! Vielleicht hat einer von den Bergleuten ne Schaufel! Ja, kann möglich sein! Wäre egal, aber... Aber der ist auch kein Zeichen, gell? Dass man es mit irgendwas anderem abbauen könnte, gell? Bei dem komischen Zeug! Ahhhh... Und... Und... Oh! 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 Berzi? Ja! Wissen du? Oh Gott! Hahaha! Ah, das ist jetzt echt ein schlechter Film gewesen, Alter, ey! Hahaha! Na Berzi, wo wissen du? Ja! Ja, vor allem aber hat der Mut richtig aus deiner Stügel gerade gehört! Hahaha! Was? Da hinten, wo es leuchtet, müssen wir hinnehmen. Ich habe eine neue Anleitung verfügbar. Echt? Da, wo es leuchtet, müssen wir ihn mal hingucken. Ah, die ist zu groß. Jetzt langsam so ein bisschen, dass wir sich ein bisschen... Oh, das waren Fledermäuse. Ja, ich habe gar nichts mitgekriegt gerade eben. Wow, jetzt habe ich es mitgekriegt. Da ist wieder so ein Nackt. Wenn du erschreckst dich, dann erschrecke ich mich. Wo ist der Typ? Ich will ihn wegkloppen. Wo ist er? Ich habe ihn gerade eben gesehen. Das ist gerade hier ins Eck, oder? Schneller Pasch. Da. Ich glaube, ich weg jetzt. Oh, meine Batterie ist weg. So, ich gönne mir die Hart wieder. Die gibt guten Schutz, die Hart, eigentlich. Es ist nicht verkehrt, ihm mal was bei sich zu tragen. Ich glaube, ich tue gleich nochmal Batterien in meine Reihen. Nicht, dass ich auf einmal hier drin im Dunkeln stehe. Das ist gar nicht gut. Mach mal und dann mache ich. Obwohl, ich glaube, kommt dir keiner. Ich kann es gleich machen. Oh, da oben hängen ist sogar schon eine Skilette. Na, die hängen wir schon dran. Die geschaut ist länger, ja. Hinter uns, glaube ich. Nee, das war nur so ein Bröckeln von... Und wieder mehr Leichen. Sag mal, kann man die Kisten auch zahlen? Ja, habe ich schon versucht. Ah, okay. Hat irgendwie nicht so. Keine Sorge, ich bin ganz mutig hinter dir. Alles gut, jetzt habe ich gedacht, das ist ein Riesen-Biest. So umrisse, wie ich sehe. Nein, nein, ja. Und der Kack schläft in deiner Hose. Ganz viele Babys. Wo ist es? Warte, wir sind nicht drüber gesprungen. Wo ist es innen? Ich glaube, das ist... Ah, von oben. Genau, die Wände hoch. Wow. Du bist erwischt. Ich habe ihn. Oh, da kommt noch eins. Wow. Sorge mal. Gott, da. Da ist es bei dir, vor dir. Jemand hört aber deutlich, wenn sie tot sind. Also, die macht ein deutliches Geräusch. Oh, das zuckt doch ein bisschen. Bleh. Warte, was ist denn das für eine Höhle? Ah, das kann ich ja wieder nicht mitten in der Salle. Ja, miese Prise. Naja, ich bin auch voll. Das ist die Hang-Lose-Höhle, weißt du? Jetzt geht's hoch. Oh, gutes Zeichen. Also, nee, eigentlich nicht, weil wir haben nicht wirklich was gefunden. Nee, aber vielleicht hoch heißt ja nicht gleich, dass er vorbei ist. Ja, ja. Wir sind ja auch nicht runtergegangen am Anfang, also. Oder? Ist immer runtergegangen? Ganz kleines Stück, aber nicht so weit, wie wir jetzt hochgegangen sind. Ja. Da ist ein Weg und da. Gehen wir mal nach links, ne? Links geht halt wieder runter, gell? Nee, nee, nee. Da ist eine Art Halle oder so. Nee, da wird echt was. Okay, warte mal. Skeletos. Boah, das sind ja Fleischberge hier unten. Schau mal da. Da hängt auch immer so ein Zutsauer, das sagt man gar nicht. Schaut, das ist da. Da sind wieder viele Babys. Dann ist von denen der Schleim. Guck. Wo ist das Biest? Wo ist das Kind? Ah, von hinten. Ja, das da. Wahnsinn. Nee, eins lebt noch, ne? Ich krieg's nicht. Wie das? Jetzt. Oh mein Gott. Tschutsch, tschutsch, tschutsch. War überhaupt noch ein Weg. Runden durch kannst. Jetzt ist die Frage. Wo ist jetzt die große Halle, die du willst? Ich weiß nicht, was du gesehen hast. Nee, das war nur ein Bildung. Hihihi. Oh, Wasser, wasser, Mann. Dass wir jetzt gleich irgendwas zum Tauchen brauchen oder so. Aber eine Karte wären wir lieber, ehrlich gesagt. So was gibt, gell? Ich höre irgendwas Großes. Ich höre irgendwas Großes. Was ist der Schall der Höhle? Ich weiß es nicht. Hier ist so viel Schleim schon wieder. Ich seh, ich seh, da vorne. Ich glaub, das sind wieder Babys. Ja. Mann, oh, mehr. Ich glaub, im Wasser war noch mal ne Abfeigung. Da ist noch eins. Oh, oh, oh. Oh. Oh, oh, oh. Kylo. Sollen wir da runterrutschen? Sollen wir es wirklich tun? Hier, wo es Licht ist? Da unten, wo es Licht ist, ja. Du musst dich extra schießen. Hier heckt doch schon ein Seil. Ich mach's. Da waren wir schon. Nee, weil hier eine Sackkasse ist. Wir können hier nicht gewesen sein. Echt jetzt? Drück mich doch nicht weg. Ja gut, woher soll ich wissen, ob er da schon war? Aber du hast es ja sicher gekluckt. Ja. Heißt das auch, wir kommen mit dem Seilgewehr irgendwie hoch dann irgendwo? Nein, nein. Oder vielleicht, oh ja, wenn wir ein Seil hochschießen und dann das hochklettern, ne? Hm. Aber jetzt ist die Frage. Hast du vorhin ein Seil ballert oder war schon eins da? Da war schon eins da. Okay, weil wenn wir eins ballern, das ist ja weg. Ja eben. Deswegen habe ich ja zu dir gesagt, baller keins. Ja. Ah, ich habe Hunger. Sagt mein Charakter. Ja gut, dann schauen wir mal das Fleisch. Ja, da haue ich mir auch noch eins rein, bevor es schlecht ist. Und ausdauer ich keine mehr. Ich brauche Energy. Aber reicht da nicht ein Riegel? Gib mir das noch ein bisschen. Ein bisschen, ja. Wo gehen wir hier eigentlich hin, frag ich mich die ganze Zeit. Ey, wir werden auch nicht mehr rausfinden, sag ich da. Ganz ehrlich. Doch, hier ist ein Ausgang. Glaubst du, es geht raus oder es geht noch in einen anderen Ding? Das werden wir jetzt sehen. Wir sind in einer anderen Ding. Ne, wir sind draußen. Ne, ist draußen. Andere Höhle ist da. Also, anderer Höhlen-Eingang. Ja. Oh, oh. Oh. Ich gebe wieder in die Höhle. Kommst du mit? Ja, geh rein. Stell, das ist dieses Zähne-Monster. Zum Glück habe ich auf Blocken gedrückt, oder? Ja, aber wir sind jetzt in einer Sackgasse. Jetzt kommen wir nicht mal weiter. Wir können doch diesen Ausgang hier nehmen. Wir können schauen, ob das Seil hochführt jetzt. Ob man das Seil nach oben nehmen könnte. Aber das kannst du versuchen, ja. Aber das heißt, wir sind jetzt an der Stelle im Wald, wo die Viecher sind, oder? So, kauchen die jetzt oben auf, weil wir sie entdeckt haben. Ja, das glaube ich eher. Heißt, stell dir mal vor, die greifen das Lager an. Wir brauchen eine Mauer oder irgendwas. Ja. Da unten krabbelt wieder irgendwas. An der Wand. So ein Zwilling. Rechts. Kannst du mir sagen, rechts. Ah, da, da unten. Genau. Das sind vier Leute. Also zweimal zwei Zwillinge. Aber ich glaube, wir können das Seil nicht nehmen, weil das ist weg. Es ist noch da, aber wir können nicht hochrutschen. Wir können nur den einen Ausgang nehmen. Ja, wir können ja versuchen. Ob man ist ja, verfolgt dich. Wir machen schon fertig, ganz schnell. So, hast du auch gehäutet, ha? Ja. Gut, wir müssen das gleichzeitig machen. Ja, einer lebt noch. Muss man die HD wieder dranklatschen, warte kurz. Ach, hoffentlich greift er jetzt nicht an, wenn ich das mache. Okay, dann müssen wir das wieder, das ging im ersten glaube ich auch, das gleichzeitig häuten. Ja, ja. Na komm, greif mich an, dann kann da Tocchi von hinten kommen. Oh, dreht er sich um? Nee. Oh, nee. Oh. Keine Ausdauer mehr. Anstrengende Sache. Okay, jetzt da und komm her. Oh, hier hinten ist aber doch noch ein Weg, oder? Ah, nee, ich bin einfach nur um das Ding rum. Komm her. Ja, ich muss erst hier rauskommen. Dann zähl mal. Äh. Äh, ich kann die gar nicht. Ah, doch, jetzt hat. Okay. Warte, warte. Jetzt hat er. Und, drei, zwei, eins. Heute. Okay. Gut. Zu wach. Und das heißt, wir müssen jetzt durch den Ausgang gehen, wo das Vieh ist. Warte mal, wo war denn das? Aber eine Seilrutsche ist doch nur eine Seilrutsche, oder? Wenn wir jetzt zum Beispiel versuchen, wo habe ich denn die Seilknarre jetzt? Wo ist denn die? Äh, wahrscheinlich auch in der schwarzen Kiste drin, oder? Nein, in der roten ist. Rote, okay. Seilgewehr. Aber wie soll man da hochrutschen können? Das ist jetzt die andere. Ich will einfach nicht hochrutschen, sondern schießen. Geht das? Äh, geht nicht. Nein, 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 geht da gar nicht. Ich muss ja noch irgendwo anders hinschießen. Geht nicht. Okay, also. Lass mir doch da raus. Ja. Oh, mein Taschenlampe ist gleich schon wieder leer. Beinahe du ist, aber lassen wir es jetzt gut sein. Warte mal, wir schauen mal kurz, wie viel Uhr es ist. Geht, glaube ich, gar nicht. Doch. Uhr kannst du schauen, es ist 5 Uhr. Das heißt, es sollte auch gleich wieder hell werden. Wenn nicht, dass wir das mal rausgehen und das hell wäre, wäre natürlich cooler, gell? Ja, das stimmt. So, warten wir hier vor dem Eingang. Bin am überlegen, ob ich das jetzt noch schnellst... Äh, da kann ich wieder nichts passieren. Ob ich da noch kurz ein Save reinmache? Vielleicht gar nicht so blöd, ne? Boah, auch kurz, aber wir haben es 3. Oh, meine Batterie ist gleich leer. Beschluss machen, solange... Hast du gesaved? Ja. Wollen wir es noch probieren, jetzt schnell aus der Höhle rauszukommen? Ja, ja, ich will schauen, wo wir sind jetzt eigentlich. Ob wir vielleicht ganz nah daheim sind oder so. Wir waren auch gar nicht beim 8.000 Gans. Was ist wieder hell? Vorsicht, das sind wie jede Menge. Ja, wir laufen einfach mal. Okay, wir müssen hier in die Richtung. Wir sind, wir sind jetzt selber Ausgang eigentlich, nur ein bisschen weiter weg halt. Oh oh. Ne, das nächste Mal müssen wir bei der Höhle dann in die andere Richtung gehen, ne? Ja, das nächste Mal gehen wir mal in eine andere Höhle einmal, hätte ich gesagt, oder? Ja. Aber so geile... Ja gut, wir haben die Seilkanone gefunden. Ja, Seilkanone ist schon cool. Oh, meine Ausdauer ist wutsch. Ja, ich muss auch was trinken, Alter. Ja, wir kommen aber gleich zu einem Fluss, ne? Also... Stimmt's. Boah, der Wind ist vielleicht laut. Na, kann es sein, dass unser Kollege vom, unserem Lager weggegangen ist, oder bilde ich mir das ein? Nein, nein, der ist noch da. Okay, aber das Lager doch noch ein bisschen weiter weg, wie ich dachte. Aber wir haben schon, glaube ich, gut was geschafft heute. Ja. So, da ist noch mal das Grüne. Ich kriege jetzt noch mal ein bisschen Grün. Ja, da steht wieder das Golf-Card. Das ist, wenn du da das GPS nimmst. Das hilft auch nix, gell? Wann halt. Kannst ja nicht dran machen. Nix. Ich glaube, dafür kann man, glaube ich, die Stöcke schräg hinstellen. Kann das sein? Rock-Schro-Äh, Stock-Schro-Äh, Stock-Schräg hinstellen und dann kannst du es vielleicht ranhängen, das GPS. Ja, und dann? Ja, dann hast du eine Markierung gesetzt. Ja, aber das GPS kommt irgendwann wieder in dein Inventar. So ist es halt bei der Frau bei mir. Ich habe schon wieder in meinem Inventar alles da. Kommt nach einer Zeit wieder da ran. Gleich braucht man das doch irgendwie. Ja. Ja. Oh, der Wing ist vielleicht laut. Aber kurz gewaschen hier. Super sexuell. Ja, zum Beispiel, ich kriege da.